Kahnemann und Twersky fanden noch viele weitere Verzerrungen, im Englischen Biasis, die oft das Ergebnis von Heuristiken sind. Heuristiken, so nennt man eingeübte Gedenkengänge, um sich schnell zu entscheiden, ohne erst lange nachdenken zu müssen. Zum Beispiel, in welcher Aktie soll ich investieren? Alle setzen gerade auf das Unternehmen so und so, also mache ich das auch. Doch, Heuristiken kennen kein Grübeln. Sie laufen fast vollständig automatisch ab. Würde ich Ihnen Fragen über Wahrscheinlichkeiten stellen, und Wahrscheinlichkeit ist ein sehr schwieriger Begriff, könnten Sie es vielleicht umdeuten zu Fragen nach Ähnlichkeit. Frage ich Sie also, wer wohl die nächste Politikerwahl gewinnen wird, dann fragen Sie sich stattdessen, wer sieht wie ein Gewinner aus, und das wäre wie ein Verlierer. Frage ich Sie.